Dieses Video gibt dir alle wichtigen Informationen über den Icovax, die Bot Osmo 950 Saug- und Wischroboter. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Dieser Saug- und Wischroboter von Icovax kombiniert modernste Technologie mit effektiver Reinigungsleistung und ist ein echtes Kraftpaket im Haushalt. Mit seinem intelligenten Navigationssystem, der intuitiven Bedienung und den vielseitigen Funktionen bietet der D-Bot Osmo 950 eine effiziente und gründliche Reinigung für dein Zuhause. Die ersten Bewegungen des D-Bot Osmo 950 sehen auf den ersten Blick etwas chaotisch aus, aber nach kurzer Zeit erkennt man, dass er eine systematische Reinigung durchführt. Mit der SmartNavi 3.0 Laser-Navigation erstellt der Roboter eine interaktive Karte der Umgebung und plant so seine Reinigung effizient. Ein Knopfdruck genügt, um den Reinigungsvorgang zu starten. Die Navigation des D-Bot Osmo 950 ist in der Tat hervorragend. Er bewegt sich zügig und sicher durch die Räume und meistert dabei auch Hindernisse und höhere Kanten souverän. Ein großer Pluspunkt des D-Bot 950 ist seine längere Akkulaufzeit, die je nach Saugstufe von 150 bis 200 Minuten reicht. Dank des verbesserten Akkus kann er große Flächen und sogar mehrere Räume reinigen, ohne zwischendurch aufgeladen werden zu müssen. Das ist besonders praktisch, da der Roboter-Staubsauger so eine gründliche Reinigung in einem Durchgang ermöglicht. Die Osmo-Wisch-Technologie des D-Bot ist eine weitere beeindruckende Funktion. Mit dieser Technologie kann der Roboter in einem Durchgang saugen und nass wischen. Die elektrische Wasserpumpe ermöglicht es, die Feuchtigkeitsstufe an den jeweiligen Bodenbelag anzupassen, was über die Ecovacs Home-App ganz einfach per Smartphone möglich ist. Die Wasserzufuhr ist regelbar, sodass du die Kontrolle über den Wischvorgang hast. Beachte jedoch, dass der Wischmodus eher oberflächlich ist und hartnäckige Flecken nicht vollständig entfernt werden. Für eine gründliche Reinigung ist eine manuelle Reinigung erforderlich. Die Saugleistung des D-Bot Osmo 950 ist hingegen beeindruckend. Er kombiniert starke Saugkraft mit der richtigen Technologie für eine Tiefenreinigung. Der Roboter entfernt zuverlässig Schmutz, Staub und Tierhaare von verschiedenen Bodenbelägen. Besonders hervorzuheben ist die automatische Teppicherkennung, die eine erhöhte Saugkraft auf Teppichen ermöglicht. Dadurch werden selbst tiefer sitzender Schmutz und Haare gründlich entfernt. Die individuellen Einstellungsmöglichkeiten des D-Bot 950 sind vielfältig. Über die Ecovacs Home App kannst du verschiedene Reinigungspläne erstellen, Bereiche priorisieren oder blockieren und virtuelle Barrieren auf der interaktiven Karte erstellen. Diese Funktionen ermöglichen es dir, die Reinigung genau nach deinen Bedürfnissen anzupassen und bestimmte Bereiche zu reinigen oder zu meiden. Die Verarbeitung des D-Bot 950 ist hochwertig und im Lieferumfang ist umfangreiches Zubehör enthalten. Neben dem Roboter selbst und der Ladestation findest du in der Box eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, vier Seitenbürsten, verschiedene Bürstenoptionen, einen Staubbehälter, waschbare und wiederverwendbare Reinigungstücher sowie einen hocheffizienten waschbaren Filter und Schwammfilter. Das Zubehör ermöglicht eine optimale Reinigung und sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Bedienung des D-Bot 950 ist einfach und intuitiv. Du kannst ihn entweder über die Ecovacs Home App steuern oder die mitgelieferte Fernbedienung verwenden. In der App hast du Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen des Roboters. Du kannst Reinigungspläne erstellen, den Reinigungsmodus auswählen, die Saugstärke anpassen und vieles mehr. Die Fernbedienung bietet grundlegende Steuerungsoptionen und ermöglicht es dir, den Roboter bequem von der Couch aus zu bedienen. Die Geräuschentwicklung des D-Bot 950 ist moderat. Während des Reinigungsvorgangs erzeugt der Roboter einen gewissen Geräuschpegel, der jedoch nicht übermäßig laut ist. Du kannst ihn also problemlos während deiner Anwesenheit laufen lassen, ohne dass es besonders störend wirkt. Die Wartung des D-Bot Osmo 950 ist ebenfalls unkompliziert. Der Staubbehälter ist leicht zu entnehmen und zu leeren. Die Seitenbürsten und der Hauptbürstenrollen lassen sich ebenfalls einfach austauschen, wenn sie abgenutzt sind. Die Reinigungstücher können nach dem Wischvorgang ausgewaschen und wiederverwendet werden. Es wird empfohlen, den Filter regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen, um eine optimale Saugleistung aufrecht zu erhalten. Insgesamt ist der D-Bot Osmo 950 Saug- und Wischroboter ein leistungsstärker und vielseitiger Saug- und Wischroboter. Er bietet eine effiziente Reinigung mit guter Saugkraft und einer nützlichen Wischfunktion. Die SmartNavi 3.0 Lasernavigation sorgt für eine zuverlässige und zielgerichtete Reinigung. Mit den individuellen Einstellungsmöglichkeiten und der App-Steuerung kannst du die Reinigung ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen. Die hochwertige Verarbeitung und das umfangreiche Zubehör machen den D-Bot 950 zu einer langlebigen und praktischen Reinigungslösung für dein Zuhause. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Wir hoffen, dass dir das Video bei der Kaufentscheidung geholfen hat. Bitte klicke auf Daumen hoch und abonnieren, um unseren Kanal zu unterstützen. Und vielleicht interessieren dich auch unsere anderen Videos, die hier eingeblendet werden. Bis zum nächsten Video!